Ja, okay. Bis Mittwoch, 16.30 Uhr. Freu mich. Miss you. Ich dich auch. Bye dann. Bis Mittwoch. Bis Mittwoch. Kommt und Jill, kannst du nicht bitte einmal auf mich warten, um mich gleich auf den nächstbesten Baum zu klettern? Nö. Ich würde das echt unmöglich. Hast du schon die Hasen probiert? Welche Hasen? Naja, die, die hier am Baumwachsen sind. Wo hast du den denn her? Übrigens, ich hab die Freundschaftsketten fertig gemacht. Willst du die haben? Na klar. Hier, mein Kitten. Bitte. Komm, ich hab jetzt Hunger. Okay. Das ist gut. 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 little jako Das ist gut.